Deutschland ist das toleranteste Land auf diesem Planeten. Naja. Welches Land ist toleranter? Ich wüsste nicht mehr, aber ich weiß nicht. Kann mal jemand eine Toleranz-Chart googlen? Welches Land ist sozialer und toleranter? Welches Land? Und die Leute sehen aus, wie wir tot und tot mit. Trotz, weil die Steuze auf mein Zähne bezieht. Zuhause in der Luft, das bestimmt nicht passiert. So kein Puffer, ist die Crew auf der Große. Blamiert sich mit seinen Feind. Die sind so unaffektiert. Kein Wurft, ein Körser, so raus aus dem Laden. So glückt uns aus die Rose, wo der Ticker auf uns horten. Der erzählt von seiner Zeit bei der Bundeswehr. Ist das lustig oder schlimm? Wir wissen es nicht mehr. Die Rose, die ist großartig, da gehen wir gerne hin. Die Leute sind zerfällig, da war weit im Nächsten schlimm. Trotz, weil die Steuze auf mein Zähne bezieht. Zuhause will mir dann ganz bestimmt nicht passieren. Kein Puffer, ist die Crew auf der Große. Blamiert sich mit seinen Feind. Die sind so unaffektiert. Bei ganzem Ernst, die Bohlen haben einen Abturn auf mich.